Wie schwarzes Wachs fallen nun schwere Tropfen hernieder und waschen den Staub und den Dreck beiseite. Mitten in der Nacht hat es begonnen. Zunächst ein stetiger Ascheregen, dann hat Effort euch seine Gunst geschenkt und die Schleusen des Himmels geöffnet. In den Straßen rinnt der Schmutz entlang. Kleine Bächlein haben sich mittlerweile gebildet, die nun in verschiedensten Richtungen abwärts laufen und die vielen Krater als Pfützen auffüllen. Die Betriebsamkeit der letzten Tage ist zum Erliegen gekommen. Aus den noch intakten Schornsteinen der Stadt dringt nun Rauch und es stinkt. Es stinkt nach Unhölzern, die nun in großer Zahl verfeuert werden und ihre gelben, dämpfigen Wolken entlassen. Trotz des Monats in Grimm ist es nun wieder empfindlich kalt und die Geräter versuchen in den Trümmern gegen die Kälte anzuheizen. Ihr steht am Tempel des Handwerks. Die Rüstung hat sich nicht gerührt. Kein Zucken, kein Klappern kam von ihr. Seit fast 20 Stunden Gläsern liegt sie vor euch. Jalan hat sich nach vielem Segen verabschiedet und wollte noch einmal zur Stadt des Lichts gehen. Isarun konnte ihre Mager-Arbeit anmelden und hat sich dann mit Keras euch wieder angeschlossen. Das Kettenglied der Firun-Emmerans-Statue ruht nun in eurem Besitz. Abelmir hat eine Tischsäge konstruiert, die letzte Nacht fertig geworden ist. Wie ein Berserker hatte daran gefeilt, geschraubt und genietet, als wäre er besessen. Rafim hat schwere Balken nach oben gehievt und dafür gesorgt, dass ihr schneller vorankommt, die Stadt wieder aufzubauen. Zumindest hier in diesem südlichen Viertel von Gareth. Mittlerweile schreiben wir den fünften Ingram. Frühe per reine Stunde, kurz nach Sonnenaufgang. Und so beginnen wir. Abelmir, können wir jetzt endlich gehen? Wenn ich noch eine einzige Säge höre, dann bringe ich jemanden um. Ach was. Oh. Seht ihr mal, sie funktioniert. Sie funktioniert. Aber mir ist es mir scheißegal, was du da für eine... Was ist das überhaupt? Ein... Das ist eine Säge, seht ihr das nicht? Du merkst, auf ihm guckt sich um, hebt er etwas vom Boden auf. Siehst du? Das hier ist eine Säge, eine ganz normale Handsäge. Ich weiß nicht, was du da... ...gebaut hast, aber das ist keine Säge, mein Freund. Das ist... Das ist eine Verbesserung einer Säge. Du willst dich doch noch vor der Arbeit drücken. Ja, was kann die jetzt? Natürlich, was alle sägen. Sie säget. Sie sägt. Mhm. Aber natürlich viel schneller und... 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 Ja, besser. Und... Schaut doch mal hier! Aber mir, eure Säge ist mir unfassbar egal. Das glaubt ihr gar nicht. Können wir jetzt endlich diese Rüstung wegbringen? Damit... Ich damit hinter mir... Das Ganze hinter mir lassen kann. Na gut. Die sollten uns doch verabschieden vom Geweihten. Bis hier noch seinen Namen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich lieber nicht in seine Nähe, sonst zwingt er uns wieder irgendwas zu tun. Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Wer von euch beiden möchte mir helfen, die Rüstung zu tragen? Hm? Äh, ich ähm... Lasst mich ran. Äh... Ich hab noch was zu tun. Ich muss mich noch verabschieden. Dann... Dann, Fronald von Spurgelsen, wollt ihr das Oberteil tragen oder die... Da, wo die Suppe rausläuft? Äh... Lieber das Oberteil. Dann nehm ich das, wo die Suppe rausläuft. Lassen wir dann bei Thorne Isinger stehen, würd ich sagen, oder? Das ist vermutlich am besten. Er hat die nötigen Sicherheitsvorkehrungen, um das Material zu schützen. Sind wir jetzt fertig damit, oder müsst ihr noch irgendwas damit tun? Äh, wir müssen tatsächlich noch die Zauber, die darin gespeichert sind, äh, da rausbekommen. Ich, äh, bemühe mich gerade darum, den passenden Zauber zu studieren. Es wird allerdings noch ein Weilchen dauern. Okay, ihr kriegt das hin. Super, ich bin begeistert. Ja, dann mal auf drei. Eins, zwei... Der Mann wird auch nicht leichter, hab ich das Gefühl. Der nimmt doch zu, während der Tod ist. Kann mir doch keiner zählen. Vielleicht hat der Dämon ihm noch irgendwelche Gewicht abgenommen. Wo war ja... Ja, jetzt tragen wir das erstmal dahin. Ja, wenn Abel mir mal in Richtung der kleinen Schlafstätte von dem Geweihten geht. Obwohl er die ganze Nacht über gearbeitet hat, kannst du wohl ihn hinter der Tür schon wieder sägen hören. Also, äh, die Tür ist noch geschlossen und hat da wohl eine kleine eigene Kammer. War es so noch nicht drin, aber... Klingt wie eine Säge. Wenn ich klopfe mal... Keine Antwort. Euer Gnaden! Legt weiter. Ich drehe mal die Tür griff. Du kannst ihn aufmachen. Holztür. Und, äh, dann einen Spalte aufmachen. Du schaust dich um. Eine Säge findest du nicht, aber du siehst ihn, wie er da wohl gerade im Bett liegt. Äh, Decke halb runtergezogen und schläft. Schnarcht. Das war das Segen. Den schleiche ich mal auf den Zehenspitzen in den... In den... In den... In den Raum. Der ging wieder vollständig zu. Und schleiche mich dann wieder heraus und schließe leise die Tür. Zichte mal auf eine Schleichenbrue. Ja, kannst du machen. Ihn liebevoll wieder zudecken und dann, äh, auch vorsichtig die Tür wieder zumachen. Äh, die anderen haben wohl nicht ganz auf dich gewartet und, äh, sind mit der schweren Rüstung gerade schon die ersten paar Meter, äh, durch den stetigen Regen in Richtung Westen gegangen. Die Straße nach oben in Richtung Torneisinger. Ja. Ich renne immer hinterher, weiche den Regenpfützen aus, die sich wahrscheinlich in den coolen gebildet haben in der Straße. Und... Wartet! Ich hab nur einen Blick auf die Rüstung geworfen, sofort irgendwie eine grüne Nase bekommen und äh, ich bin im Tempel bis später. Isarun, was denkt ihr, was hier unten rausläuft? Die Flüssigkeit für heute Morgen war es noch etwas, etwas dunkler. Jetzt wird das schon wieder etwas heller. Ja, heute Morgen, da war noch mehr Blut drin. Das ist jetzt nur noch, also fast nur noch Lymphflüssigkeit. Aha. Oh. Tun wir mal so, als wüsste ich nicht, was das ist. Das ist, also, wenn ihr eine Schürfwunde habt. Ja. Aber die ist nicht so schlimm, also. Da kommt da nicht mehr so viel Blut raus, aber so eine durchsichtige Flüssigkeit. Das ist das Zeug. Mhm. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Abelmir, jetzt komm doch mal ran auf den Meter. Du, ich trage die Rüstung, wir laufen schneller, Alter. Du, wie ist das möglich? Ich bin doch schon da. Habt ihr wieder zu viele Kekse gegessen? Natürlich nicht. Seid ihr wieder einem Rock hinterher gelaufen, Abelmir? Ihr müsst das echt einstellen. Wir haben gerade viele Probleme. Die armen Gewalten. Die sind doch bei der Arbeit. Das ist wirklich, Abelmir. Ihr solltet lieber tragen. Was glaubt ihr, was wir hier die ganze Zeit machen, während ihr euch einstellen? Schnattern! Schnattern! Schnattern nenne ich das. Ja. Keras ist auch schon abgehauen. Der ist irgendwo dahin. Wollte wohl zum Tempel. Raphim, du weißt schon, dass du dich vollkleckerst mit der Rüstung? Ja, keine Sorge, aber mir für dich ist gleich noch eine Umarmung drin. Das ist kein Problem. Lieber nicht. Ich verzichte. Danke. Ja, dann kommt, 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 kommt. Wieso sind denn schon wieder so viele Leute auf den Beinen? Ich hasse diese Stadt. Verstehe ich auch nicht. Können die nicht einfach drin bleiben? Es regnet doch eh. Also, drin ist doch auch genügend zu reparieren. Ja. Und vielleicht erbringen wir etwas Aufmerksamkeit, wie dann die diese Leiche herumtragen. Ja. Wir sollten uns beeilen. Kommt! Ja, oder ihr geht die Leute mal ablenken. Ablenken. Ja, mach doch mal. Hier gibt es nichts zu sehen! Weiter gehen! Könnt ihr nicht jonglieren oder so etwas? Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, was ihr lernt, aber wir lernen nicht jonglieren. Ihr seid doch Horasi. Ihr könnt doch bestimmt einen horasischen Trick vielleicht euch auf den Bauch rollen oder sowas. Nein. Echt? Das macht man im Horas Reich? Nein, das macht man nicht im Horas Reich. Achso, ich dachte, ihr schwenkt die ganze Zeit nur so weiße Fähnchen. Nun kommt endlich! Trödelt hier nicht so rum! Ah, ihr habt heute aber auch wieder einen Stress. Oh, guten Morgen. Seid ihr schon wieder hier? Tönt laut herum. Morgen. Ja. Klingt der immer noch drin. Gut. Was soll ich damit jetzt machen? Aufbewahren. Aufbewahren. Soll ich den jetzt einfach bei mir hier in die Ecke neben den Schrank stellen oder was? Naja, also vor den Schrank, dann kannst du halt nicht mal in den Schrank ran. Also ich würde ihn daneben stellen, ja. Vielleicht habt ihr einen Keller, äh, einen kühlen Keller, wenn ihr... Oder einen Schuppen oder so etwas. Warte mal, ich kann das verstehen, dass ihr mit so einer schweren Rüstung nicht überall rumlaufen wollt, aber... Solange da eine Leiche... Ich meine, ich... Ich kann ihn riechen bis hierhin. Ja, das ist leider, ähm... Nicht so gut. Allerdings, wir haben auch nicht wirklich Zugänge gerade, um den wegzubringen. Alles ist voll mit anderen Leichen und so. Vielleicht könnten wir ein paar Kräuter aus dem Bohren-Tempel besorgen, damit der nun ja nicht ganz so stark riecht. Der Bohren-Tempel ist geschlossen. Äh, hat das Tygumar doch angeschlagen, oder nicht? Ja, allerdings. Aber er wird doch bestimmt noch ein paar Kräuter haben. Das Tygumar hat jetzt anderes zu tun, als irgendwelche Kräuter an Leute zu verteilen. Na gut, dann hört mal. Hier hinter meinem Haus fängt direkt die Stadtmauer an. Das Puni noch so, da steht nicht mehr, aber die Stadtmauer ist immer noch da. Ähm, stellt ihn, oder lehnt ihn doch mal bitte gegen die Rüstung. Und wenn irgendjemand ihn schleppernd, kleppernd weg trägt... Ich meine, wer wird schon eine schwarze Ritterrüstung mit einem Körper noch drinnen wegtragen, aber... Das werden wir auf alle Fälle mitbekommen. Ich werde auf alle Fälle dann nochmal jemand, äh, draußen hinstellen mit einem Wasserbottich. Dann wird er auf alle Fälle sehen, falls da irgendwelche Diebe ankommen. Aber ich will ihn hier nicht in meiner Schmiede haben. Ich bin kein Lagerhaus. Ich bin ein Hellenschmiede. Na gut, das ist verständlich. Na dann, Rafim, zerren wir ihn da mal rüber. Ich glaube nicht, dass er noch stehen kann. Also die Leichenstarre ist jetzt so langsam vorbei. Ich hoffe, da ist ein Abfluss in der Nähe. Dieser Run, denkt ihr, das geht wieder raus, oder...? Natürlich. Die reinigende... Also die schwarzen Flecken, nicht die roten. Die roten sind alt. Ja, sicher. Also die reinigende Kraft des Feuers. Das, äh... Okay. Ja. Dann nicht. Kommt, lass uns ihn da hinstellen. Wir haben noch andere Dinge zu tun. Ja, ihr könnt ihn dann gegen die Mauerlehnen hinsetzen, hinhocken lassen und seid dann doch recht zufrieden damit, wie er da steht. Ihr könnt auch noch sehen, wie der erste kleine Bursche dann einen viel zu schweren Wassertrog dann nach draußen zerrt aus der Schmiede in den Hinterhof, auf den ihr dann einen Blick habt. Er nickt euch dann auch zu und wird dann irgendwie daneben stehen gelassen. Ein Problem weniger, was ihr habt. Tja, für das erste muss das ausreichen. Ich finde, das sieht gut aus. Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Isarun? Ihr habt doch die Liste geführt, nicht wahr? Äh? Was dann immer alles aufschreibt? Ist ja furchtbar. Ne, ihr führt doch immer Listen. Ich kenn euch doch. Ja, aber das ist ja auch vernünftig. Also wie kommt ihr denn sonst da rein, die ganzen Sachen zu machen, die ihr machen wolltet? Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, dass ihr Liste führt. Ihr seid so ein Typ dafür. Organisiert. Diszipliniert. Ja, das stimmt. So könnte man das natürlich auch nennen, aber... Ja. Können wir jetzt vorankommen? Ich denke doch. Wie läuft euer Vertrag mit den Waisenmachern, Rafim? Bin ich noch nicht zugekommen. Muss ich mal machen, wenn ich Zeit hab. Was steht denn da sonst noch drauf? Äh... Sind wir jetzt eigentlich bei all diesen Orten gewesen? Den... Der zeigt mal die Größe von so einer goldenen Schnalle. Oder fehlt uns da noch einer? Uns fehlen glaube ich noch mehr. Also wir müssten auf jeden Fall noch in die Priesterkaiser-Noralax-Sakrale reingehen. Mhm. Ehrlich, dann lass uns doch damit anfangen. Klingt doch gut. Vielleicht sollten wir vorher Kiharas nochmal abholen. Das ist denke ich angebracht. Vielleicht mögt ihr euch nochmal etwas anderes anziehen, Rafim. Naja gut, ich finde jetzt Braun auf Schwarz ist jetzt nicht die beste Farbkombination, aber eigentlich steht mir das doch ganz gut. Ich meinte auch eher wegen des Geruchs. Ihr riecht nach Leiche. Also so ein bisschen. Marginal könnte man sagen. Ja, gut. Dann dürft ihr schon mal in der Priesterkaiser-Noralex-Sakrale die Steine umräumen und ich geh mich nochmal im Tempel waschen. Find ich gut. Machen wir so. Jetzt hat er uns ausgetrickst. Manchmal ist Rafim schlauer als ihm gut tut. Ah. Aber mir. Zu viel Lob. Ja. Ich sammle dann Kiharas ein und nach ein, zwei Stunden Massage sind wir sofort bei euch. Bitte nicht so lange. Bitte keine Massage. Oder ihr könnt das heute Abend machen. Ach. Jetzt die Arbeit und dann das Vergnügen. Also ich glaube für einen Karinor ist das ja praktisch Arbeit, wenn er mich massiert. Also ich denke, das sollten wir mich verwehren. Deine heilige Pflicht. Und Rafim nickt sehr, sehr deutlich mit dem Kopf. Seine heilige Pflicht. Aber ja, lasst uns laufen. Ihr müsst Steine räumen. Ich muss mich von hübschen Männern massieren lassen. Ein fragender Blick zu Isarun. Ich glaube, Kiharas vergrößert gerade seinen Haaren. Ah, so. Das gibt böses Blut. Ihr seid der Nächte. Naja, was soll's. Sie sind alle erwachsen. Sie wissen, was sie tun. Hoffe ich. Ja, im Gegensatz zu euren jungen Magierinnen, hm? Hm? So, so. Also gut, Priesterkaiser Nora-Alexa-Krale. Dort vorne links. Geht voran. Ihr kennt euch ja aus in dieser Stadt. Ja, und während ihr einmal in Richtung des großen Pryos-Tempels direkt in der Mitte der Stadt lauft, wird Rafim ebenso in einen kleinen Laufschritt verfallen und dann, ja, Kiharas einholen. Der hat sich etwas Zeit gelassen und steht dann gerade vor Tempelhöhe, wo er in den Raya-Tempel einbiegen möchte. Rafim, du kannst mal bitte auf Menschenkenntnis würfeln. Sieht aus wie immer der Mann. Genau. Ja, wahrscheinlich zittert er so wegen der Kälte, ähm, hat die Arme um sich geschlungen und, ja, will gerade abbiegen, als du ihn dann einholen kannst. Ah, Herr Karinor, Herr Karinor! Herr Karinor! Ich, äh, hab gute Nachrichten. Ich hab gute Nachrichten. Ah, Rafim. Sehr schön. Was denn für gute Nachrichten? Ich, ich hab mich, wir haben das ausführlich besprochen, zu dritt, ich und die beiden Magier. Und nach einer sehr langen und sehr fast gewalttätigen Diskussion, muss ich sagen, darf ich mir heute die Ehre übernehmen, mich von euch massieren zu lassen. Ist das nicht nett von den anderen beiden? Oh, ausgezeichnet. Natürlich. Gerne. Ah, ich hab auch überlegt. Vielleicht sollten wir uns wirklich endlich mal auf den Weg machen und nachschauen, äh, was unsere Belohnung für Galotta ist. Das klingt nach einer tatsächlich. Sehr gute Idee. Die anderen beiden haben auch darauf bestanden. Ich konnte sie nicht davon abbringen, dass wir uns mindestens nochmal zwei Stunden in eine Badebottich setzen. Das ist sehr wichtig. Wirklich? Nun, das ist sehr umsichtig von den beiden. Ich denke, wir sollten das, ähm, nicht ausschlagen. Genau. Sie haben, äh, sie bestanden praktisch darauf. Sehr gut. Dann, äh, folgt mir doch. Ah, ja, gerne doch. Ja, und ich folge Keras und lass mich massieren. Meine Sachen waschen. Ich spende auch wieder fleißig. Ja, gut. So kann Keras der Regeneration nachkommen, mit seinen liturgischen Kenntnissen deinen Karma wieder auffüllen. Was ja dein eigentliches Ziel war. Und auch versuchen wieder die Harmonie in deinem Inneren zu, ja, wieder herzustellen, nachdem dich eine innere Leere gepackt hat. Genau. Die Angst vor den Toten. Oh, widerlich. Währenddessen können Abelmir und Iserun vor der priesterkaiserlichen Noralexa gerade stehen bleiben. Die Glocke liegt immer noch zerborsten, zerbrochen vor euch in einem Einschlagskrat. Er ist da wohl von einem der großen Glockentürme runtergebrochen. Das war das, was ihr als erstes noch gesehen hattet, als ihr direkt daneben standet, an den Falkenstatuen. Ihr erinnert euch, als Daimor auch über die Kathedrale rüber geflogen ist und dann direkt mit seinem Schwanz dafür sorgte, dass ihr einstürzte. Und ja, der Regen läuft hier schmutzig herunter. Viele Pfützen, die davor stehen, splitscht und tropft wieder etwas. Iserun kann nochmal den Kopf etwas anheben. Abelmir kann dann auch nochmal eine weitere Statue erkennen, die oben Platz genommen hat. Ein weiterer Gargül, der sich dort niedergelassen hat. Sieht seltsam aus. Aus der Entfernung würde ich dir fast sagen katzenartig. Vielleicht tigergroß. Irgendwas Katzenartiges zumindest. Nicht ganz so wie ein Zand, aber auch er ist. Sie sitzt hier unbewegt und scheint mit den lymbischen Kräften in einem Feenkrieg zu verweilen. Es gibt eine zerborstende große Tür, ein Portal. Müsstet ihr euch dann wieder über Balken nach vorne schieben, abducken, hopsen, springen, klettern. Und dann könnt ihr über euch, nachdem zwei, drei Steine weggebrochen sind, ein schwaches Hilfe! vernehmen. Was war das? Das hörte sich nach einer Stimme an. Ich hau euch ja angestrengt. Wo das wohl herkommen könnte? In die Hotel! Kommt mir die Stimme bekannt vor? Ja, schon. Ich bin da aber überlegen, was man da würfeln könnte, um die Stimme wieder zu erkennen. Das ist ein gutes Gedächtnis, oder? Äh. So oft hast du sie noch nicht gehört. Ich guck gerade mal. Fällt euch irgendwas ein? Menschenkenntnis ist es nicht? Klugheit? Intuition. Intuition? Ich will keine Attributsproben haben. Ich will eher irgendwie... Menschenkenntnis. Ja. Ich glaube, ja. Komm, machen wir eine Menschenkenntnisprobe. Das soll reichen. Zusammen mit dem guten Gedächtnis. Das ist die sehr kratzige Stimme vom ehemaligen Bürgermeister. Ach, Abelmir. Ja? Er kennt ihr ihn? Nein. Das ist unser Möchtegernverräter. Der ehemalige Bürgermeister. Dieser, dieser Carfink? Ja, ganz genau. Eigentlich sollten wir ihn da unten lassen. Für das, was er getan hat. Eigentlich ja, aber das wäre nicht göttergefällig. Er muss erst seinem gerechten Schicksal zugeführt werden. Ja, lasst uns mal schauen, wie wir am besten da unten hinkommen. Ich glaube, wenn ich hier mit dem Stab ansetze und dann das zur Seite schiebe, Isarun fängt da an mal rum zu brokeln, wo denn da man durchkommen könnte. Ja, Baukunst? Ähm, nö. Kann ich dir helfen? Ja, klar. Also, wenn du möchtest. Ich glaube, du könntest ihr dann auch zeigen. Also, das Problem, haben wir das Magus, ist so nicht gegeben. Da könntest du auf alle Fälle dann in die richtigen Stellen wegbrechen. Aber mir könnt ihr dann deuten, wo sie dann nicht einstürzen. Und dann könnt ihr nach und nach eine Treppe wieder freilegen, die sowohl nach unten als auch nach oben führt. Nach oben ist sie weggebrochen. Nach unten, dann kann Isarun das mit ihrem Stab wieder wegräumen. Sehr schön. Ah, endlich. Der letzte Stein ist weg. Katschisch, daube ich da unten. Ja, es nützt wohl nichts. Gehen wir mal runter. Ja, nach euch. Natürlich. Ich gehe vor. Ich gehe vor. Ja, so könnt ihr die Kellertreppe nach unten in Richtung Ja, ihr hattet bei den Sonnenlionären ihn nur abgegeben. Aber sie sind wohl eben so exakt dort nach unten gegangen. Es gibt nicht viele Zellen, die unten sind. Aber ja, die Stimme wird lauter. Und dann könnt ihr ihn auch sehen, wie er dort sitzt hinter Stäben, die unglaublich verbogen sind. Ein Teil der Rückwand ist auch weggebrochen. Äh, sitzt er da. Ziemlich abgemagert. Ähm, mit hängenden Haut. Hautlappen, die ihm da runterhängen. Er ist wohl auch unverletzt. Seht da noch so ein bisschen Pfütze, die da runtergelaufen sind. So ein bisschen schlammig. Die Asche, die da reingelaufen ist. Also schwarzes Wasser, aus der er sich... Könnt ihr auch an seinem Mundwinkel sehen. Er hat das wohl auch getrunken, um da irgendwie am Leben zu bleiben. Und guckt euch jetzt flehend an. Äh, ich bin... Ihr? Ihr? Was tut ihr denn hier? Ich... Was denn, was denn? Freut ihr euch nicht, endlich wieder vertraute Gesichter zu sehen? Lass mich bitte raus. Ah, hier unten sitzen lassen können wir euch wohl nicht. Nein, bitte nicht. Immerhin bin ich... War ich der Bürgermeister. Auch... Äh, ich habe es so nicht gemeint. So nicht gewollt. Ich... Ich wollte nur das Beste für die Stadt. Ihr seid ein Verräter. Ja, aber... Bitte, ich habe... Hogan, habt ihr etwas Brot? Irgendwas? Nein, ich habe jetzt zufällig kein Brot dabei. Holte mich... Ich schau mal... Ist der an der Wand festgekettet, oder? Ne, ne. Er kann sich da frei bewegen, äh, in der Zelle. Und, äh, es ist nicht groß. Ähm, aber... Ja, du kannst auch sehen, wie er so eine kleine Pritsche hat. So ein kleines Bett auf Stein. Und einen kleinen Pryosh-Schrein, vor dem man knien könnte. Der ist, äh, ja... Wohl noch intakt. Ich schau mich mal nach einem Schlüssel, der an der Wand vielleicht hängt. Ähm, ist wohl abgebrochen. Also du siehst, wie da wohl so einen Haken an der Wand hängen. Und, äh, der liegt daneben an einem Schlüsselbund. Und ist runtergefallen. Die anderen Zellen sind sonst leer. Ja, Isa, und ich hab den Schlüssel. Ja, wunderbar. Dann, äh, mh... Also ich würd mich grad mal kurz noch umschauen, ob ich hier so einen Strick finde oder so, wo wir den dann die Hände zusammenbinden können. Wenn's keinen gibt, muss es halt so reichen. Der wird schon nicht laufen. Ja, doch. Also wenn du dich da ein bisschen umschaust, ein paar Schränke aufmachst, die da wohl auch noch irgendwie eingearbeitet sind, wirst du da sicherlich irgendwas finden, womit du ihm dann fesseln kannst. Also da wird man auch, äh, als Paios-Priester wird man da was haben. Dreh dir zurück. An die Wand. Jawohl! Paios, sei Dank. Dann mach ich die Tür auf und lass die Isa ohne den Vortritt wieder. Schränkt euch dann auch die, die Hände raus. Also er ist wirklich ein alter Mann gezeichnet, entkräftet, und von ihm ist wirklich nicht viel Gegenwert zu erwarten. Ja, dann mach ich den Strick so eher symbolisch um seine Handgelenke drum und, äh, führe ihn dann raus hinter mir entlang. Ich schau mich noch mal ein letztes Mal um, im Keller, gibt es da weitere Ausgänge, Zugänge? Ja, mach mal eine Sündenschärfeprobe. Vielleicht reicht's ja. Äh, der Tempel ist natürlich ziemlich groß, ähm, es gibt einen Westflügel, Ost-Nordflügel. Du siehst dann auch, äh, wie vor dir, da musste irgendwo der Garten sein. Ähm, der Tempel hat ja einen eigenen Garten, äh, und große Halle. Äh, es gibt dann auch sowas wie ein Proselethyrium. Ähm, das Ding ist riesig. Ähm, du schaust dich ein bisschen um. Der Keller, ja, viele verschiedene Steine, die da wohl auch weggebrochen sind. Ein zugiger Gang. Hm. Der führt wohl in Richtung Nordosten. Du siehst auch, an der einen Stelle sind auch noch ein paar andere Steine weggebrochen, die dann nicht wirklich zu einem Gang führen. Dahinter ist es zumindest ziemlich schwarz. Isarun. Ja? Wir sollten später nachher noch wiederkommen. Hier geht's jetzt weiter. Ja, natürlich kommen wir hier später nochmal wieder. Wir haben doch hier eine Aufgabe. Ja, ja. Äh, ja. Lasst mich vorangehen und gucken. Ja, bitte. Quetsch mich an Isarun vorbei, die Treppe hoch. Schneller als normal. Ich gucke ihm kopfschüttelnd hinterher. Äh, wollt ihr Carveng dann in die alte Residenz bringen, zu den anderen? Oder wohin wollt ihr mit ihnen? Also das wäre jetzt mein Plan gewesen, weil das ist halt in der Nähe. Und dann müssen wir nicht irgendwie mehr Zeit vertrödeln. Gut, genau. Ja, Rafim und Kiaras sind in der Zeit gut beschäftigt. Das heißt, ihr könnt dann den Weg gemeinsam mit Carveng antreten in Richtung alte Residenz. Luder von Wertling ist natürlich über den Rat informiert worden. Genauso wie Emilio Grotarian. Ähm, die sind ja Mitglied im Rat der Helden und wissen natürlich über seinen Verrat Bescheid. Und dann könnt ihr ihn in eine der Zellen stecken. Höchstwahrscheinlich nicht zu den Märtyrern, wo die bei 20 unten sitzen. Sondern dann abgetrennt von den anderen irgendwie in einem der oberen Bereiche. War wohl vielleicht mal ein Ankleidezimmer für eine Bedienstete, eine Zofa oder sowas. Einfach wieder einen Schrank vorstellen von der anderen Seite, dass er da nicht rauskommt. Und wie gesagt, ein alter Mann könnte natürlich aus dem Fenster raus sprengen. Und dann bricht er sich die Knochen. Aber das sollte wohl ausreichen, wenn euch das genügt. Ja, ich denke schon. Ja, ich hab da auch keine Einwände. Also, das ist besser als nix. Nun, wir sollten zurückgehen und auf Kiaras und Rafim warten. Diese Gänge. Was ist damit? Oh, ich weiß nicht. Sie kam mir nicht geheuer vor. Ich weiß nicht. Oh, es lief mir kalten Rücken runter. Ach, ihr seid einfach nur ein Angsthase. Ich bin vorsichtig. Kein Angsthase. Die Vorsichtigen leben länger. Angsthase. Na los, Meisterlampe. Geht vor. Ja, so geht ihr wieder in Richtung von Tempelhöhe und könnt dann aufschließend zu Rafim und Kiaras. Könnt ihr dann erkennen, wie Kiaras, ja, Rafim durchknetet. Er lässt es sich gut gehen. Kiaras Augen leuchten dabei so ein bisschen rötlicher, rosiger als sonst und er versucht da wohl wieder seine Harmonie mit mehreren Gebeten, die er dabei runterrattert, wiederherzustellen. Ich möchte diesen Moment natürlich nicht stören. Wie eine ordentliche Zwölfgöttergläubige warte ich artig, bis er fertig ist. Eingang Kiaras, wie lange dauert das regenerieren? Sechs Stunden oder zwei Stunden oder wie lange? Ich hatte das immer mit zwei Stunden gemacht, ja. Zwei Stunden. Schuss mit drei Stunden. Beide. Schuss mit drei Stunden. Dieよし! Die Räume.